Die Wortarten Überblick Oh, alles klar bei dir, Ben? Der Koala hängt an einem großen Baum. Im folgenden Video werden wir Nomen, Artikel, Verben und Adjektive erkennen und ihre Besonderheiten kennenlernen. Die Nomen, auch Namenwörter genannt, hast du bestimmt schon erkannt. Welche sind es? Koala und Baum Nomen sind leicht zu erkennen, denn Nomen werden immer groß geschrieben. Nomen stehen für Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge. Also zum Beispiel für Fatima, Huhn, Baum und Münze. Nomen können aber auch für Gefühle stehen, wie Freude, Wut oder Trauer. Kannst du in den folgenden Sätzen die Nomen erkennen? Das Nilpferd hat Durst. Nilpferd ist ein Nomen. Und Durst ist ein Nomen. Welche Nomen findest du in diesem Satz? Der Vogel fliegt durch die Luft. Vogel und Luft Die Nomen in diesem Satz werden durch ein weiteres Wort begleitet. Das sind Artikel. Man nennt sie auch Begleiter. Es gibt bestimmte und unbestimmte Artikel. Die bestimmten Artikel sind der, die und das. Unbestimmte Artikel sind ein und eine. Findest du im folgenden Satz den bestimmten Artikel? Der Koala Die unbestimmten Artikel können auch etwas anders aussehen. Findest du den unbestimmten Artikel? Einem Eine weitere Wortart sind Verben. Man nennt sie auch Tu-Wörter, weil sie anzeigen, was jemand tut oder was geschieht. Es gibt sie in der Grundform und in der Personalform. In der Grundform enden Verben meist auf EN. Lesen Schreiben Rechnen Die Personalformen haben unterschiedliche Endungen. Was macht der Koala in diesem Satz? Er hängt Er hängt Der Koala kann aber auch singen. Wie lautet die Personalform? Er singt Wenn andere Personen singen, unterscheidet sich die Endung. Ich singe Du singst Er, sie oder es singt Wir singen Ihr singt Sie singen Sehen wir uns nun eine Wortart an, die schön, nein, schöner, nein, am schönsten ist. Weißt du, welche es ist? Es sind Adjektive. Man nennt sie auch Wie-Wörter, weil sie beschreiben, wie ein Nomen ist. Findest du das Adjektiv im folgenden Satz? Großen Großen beschreibt hier den Baum. Adjektive kann man steigern, um Dinge zu vergleichen. Der Baum ist groß, aber ein anderer Baum ist vielleicht noch Größer Und wenn ein Baum größer ist als alle anderen Bäume, dann ist er Am größten Kannst du auch das Wort gut steigern? Gut Besser Am besten Wie du siehst, ändert sich beim Steigern von Adjektiven neben der Endung manchmal auch der Wortstamm. Diese besonderen Formen musst du lernen. Bevor wir uns ansehen, wie Ben von dem großen Baum wieder herunterkommt, überlegen wir noch einmal, was wir gelernt haben. In einem Satz kannst du verschiedene Wortarten erkennen. Du kennst jetzt Artikel, Nomen, Verben und Adjektive Nomen beschreiben zum Beispiel Menschen, Tiere, Pflanzen oder Dinge. Sie werden meist von einem Artikel begleitet. Es gibt die bestimmten Artikel der, die und das und die unbestimmten Artikel ein und eine. Verben beschreiben, was jemand tut oder was geschieht. Es gibt sie in der Grundform und in der Personalform. Hängen Er hängt Adjektive beschreiben, wie ein Nomen ist. Du kannst Adjektive steigern, um Dinge zu vergleichen. Groß Größer Am größten Apropos groß Wie geht es denn Ben an dem großen Baum? Ben! Nicht loslassen! Uff! Na zum Glück war der Baum doch nicht so groß. Abonniert nicht loslassen! Gut W α Vielen Dank.